Hinter den Mondbergen, zwischen Welten aus Feuer und Eis. Oh! 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 Verunga. Hinter mir liegt Virunga. Es ist Afrikas ältester Nationalpark. Für mich ist es einer der schönsten Plätze unseres Planeten. Jetzt will man hier tatsächlich bohren nach Öl. Genau da. Das ist der absolute Irrsinn. Hier ist der letzte Ort der Erde, an dem so etwas Schreckliches geschehen darf. Meine Gespräche mit den Umweltschützern waren einfach total auffühlend. Sie kämpfen mit allem, was sie haben, um diesen einzigartigen Ort zu schützen. Sie brauchen nicht unser Mitgefühl, sie brauchen unsere Hilfe. Wir müssen westliche Unternehmen auffordern, endlich damit aufzuhören, dieses einzigartige Weltnaturerbe zu gefährden. Jetzt müssen wir sagen, so geht es nicht weiter. Das war aber nicht. Das war aber nicht. Du bist in Ostertund. Oh ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020